Hallo Freunde, FCMotorTV mit einer neuen Folge. Heute geht es um einen Systemvergleich, passend zu unserer Erstfolge, die sich mit heizbarer Bekleidung beschäftigt hat. Wir wollen heute vergleichen einen heizbaren Griff, Griffheizung und der Alternative entsprechend heizbare Handschuh. Und by the way, eine neue Kappe. Okay Leute, wir steigen ein in das Thema. Ihr werdet in dieser Sendung definitiv nichts über Details erfahren, sowohl was die Urina Hotgrips angeht oder den entsprechend heizbaren Handschuh von Urina. Wir werden uns einfach mit den Dingen beschäftigen, die die Argumente für die Anschaffung des einen oder anderen Teils sind und fangen einfach erstmal mit der Notwendigkeit an. Notwendigkeit heiß, es müssen natürlich Temperaturbereiche bestehen oder herrschen, die auch bedingen, dass man eine zusätzliche Wärmequelle benötigt. Und das wäre bei den Hotgrips eigentlich in der Vergangenheit schon durchaus häufiger als Handschuhe. Einfach so aus meiner eigenen Erfahrung, die wurden in etwa in einem Verhältnis immer verkauft von 15 oder 20 zu 1, also zugunsten der Hotgrips. Das heißt, die heizbaren Griffe werden in der Regel viel, viel häufiger verkauft als entsprechend die Handschuhe. Lag in der Vergangenheit vor allen Dingen auch daran, dass die Handschuhe auch Bordnetz gebunden waren. Die Heizgriffe sind halt immer ans Bordnetz angeschlossen, aber bei den Handschuhen ist erst seit ungefähr geschätzt zehn Jahren, etwas kürzer vielleicht, durch die Entwicklung auf dem Akkumulatorenmarkt, also Lithium-Ionen-Batterien sage ich da nur, dass das einfach dann jetzt sinnig ist, weil die Akkumulatoren, ich kann das hier mal zeigen, das wäre jetzt die Akku-Einheit für diesen Handschuh. Das heißt, so eine kleine Einheit ist mittlerweile leistungsstark. Wir reden so von zehn bis 14 Stunden Laufzeit, ein bisschen abhängig von der Belastung, wie viel Wärmeleistung so ein Handschuh produzieren muss. Und diese Größe passt dann natürlich auch prima in die Handschuhstulpe, denn wenn ich damals eine Batterie in etwa mit der gleichen Leistungsfähigkeit gehabt hätte, dann hätte ich schon so einen riesen Kasten mit 20x10 Kantenlänge und der wäre relativ schwer unterzubringen gewesen in der Handschuhstulpe. Und damit wären wir auch schon fast beim Hauptgrund, weshalb mittlerweile die Handschuhe immer häufiger verkauft werden. Einfach weil das Tragen des Handschuhs inklusive Akku viel, viel einfacher geworden ist, als noch vor einer mittelfristigen Zeitspanne. Während die Hotgrips, weil die Stromaufnahme nicht ganz so hoch ist, immer und ewig schon am Motorrad selbst montiert werden mit mehr oder weniger großem Aufwand, ist es einfach so, dass dann die Argumentation pro Handschuh für viele Kunden von euch einfacher wird. Zumal ein heizbarer Handschuh ja in der Regel immer zum Motorrad gehört, den könnt ihr ja nicht mehr abnehmen. Der ist einmalig montiert, dann bleibt er dabei. Und bei einem Handschuh, wenn jetzt zum Beispiel im Winter oder bei Kühlerwitterung auch zwei Fahrzeuge benutzt würden, wie es zum Beispiel in meinem Fall definitiv der Fall ist, dann kann ich den Handschuh entsprechend mit seinen Vorteilen von Modell zu Modell tauschen und bin halt dann nicht ans Fahrzeug gebunden. Das wäre ein kleiner Nachteil für die, in dem Fall die Hotgrips von Oxford. Um direkt bei den Vor- und Nachteilen weiterzumachen, muss ich natürlich schon sagen, dass die Kostenseite ja auch ein wichtiger Grund ist, um sich pro oder kontra eines Systems zu entscheiden. Und man kann sagen, dass die heizbaren Handschuhe unterm Strich immer deutlich teurer sind als denn heizbare Griffe. Wir reden so grob von einem Unterschied zwischen 50 und lassen es auch mal 100 Euro sein. Das ist verdammt viel Geld. Für diejenigen von euch, ich sage das immer so locker, die zwei linke Hände haben, ist es ja tatsächlich so, dass man ja dann zwingend in eine Werkstatt müsste, um so einen Kit montieren zu lassen, so Heizgriffe. Das bedeutet, dann hättet ihr ja da auch noch einen Montagefaktor, den ihr investieren müsstet. Würde ich also diesen Montagefaktor von roundabout um die 100 Euro, also das wird in vielen Werkstätten circa eine Stunde Montagezeit sein. Wenn das also mit einkalkuliert würde, ist es in etwa pari-pari, was ihr investieren würdet. Nur derjenige, der dann sagen kann, ich kann es auch selber, ich habe das Know-how, der wird natürlich Geld sparen. Was die Verbreiterung angeht, also dann für unsere Seite aus wichtig, die Verkaufszahl, ist es natürlich, dass ich geschätzt von einem Verhältnis ausgehe von circa 20 zu 1 zugunsten dieser Hotgrips oder Heizgriffe. Das liegt natürlich daran, dass ich A, eben schon mal sagte zu dieser Entwicklung der Akkumulatoren, die ja dann vor 10, 12 Jahren viel, viel größer waren. Das liegt aber auch daran, dass die Technik von den Heizgriffen einfach, weil es die schon seit weit über 40, also als ich anfing zu verkaufen, gab es schon Heizgriffe. Das heißt, diese Technik ist ultra ausgereift, diese Technik ist solide. Das heißt, da gibt es normalerweise keine Probleme mit. Vielleicht, vielleicht am Rande noch eine Information für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich sowas zuzulegen. Ein Heizgriff aus einem Billigkanal, ich nenne das jetzt mal so, der 25, 29 Euro kostet, was auch immer, den ihr in irgendwelchen dubiosen Quellen seht, da sage ich, lasst die Finger davon. Ich darf euch gar nicht erzählen, was im Laufe der letzten 5 Jahre von mir reklamiert wurde, beziehungsweise von Kunden bei mir reklamiert wurde, wo irgendwelche Heizdrähte gebrochen sind oder Anschlüsse des Kabels am Griff irgendwo durchgebrochen sind, vibriert sind. Das heißt, da eine vernünftige Investition zu tätigen, die so losgeht, so 40, 45, 50 Euro, je nachdem, was es für eine Ausstattung ist, auch Richtung 90, 95 Euro gehen kann, macht einen gewissen Sinn, denn so eine Heizgriffgeschichte wird, wie gesagt, einmalig montiert und in der Regel kann so ein Heizgriff, wenn es denn eine Markenqualität ist, auch das restliche Motorradleben durchhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Von daher, seid bereit, ein Minimum zu investieren, dann habt ihr auch mit Abstand am wenigsten Probleme damit. Um weitere Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme vielleicht so ein bisschen rauszukristallisieren, muss ich vielleicht auch nochmal eine kleine Definition vorab euch nennen. Bei den Heizgriffen wird halt unterschieden zwischen Heizgriff und Griffheizung. Ist zwar nun Vertauschen der beiden Wortteile, aber bei der Griffheizung sagt man normalerweise, dass eine Patrone in den Lenker geschoben wird. Also diese Patrone hat den Innendurchmesser des Lenkers. Die wird dann da reingeschoben und dann entsprechend verkabelt mit der Bordelektrik. Vorteil ist, man sieht so gut wie keine Kabel. Nachteil ist, es gibt einige Lenkertypen, wo so eine Patrone nicht einschiebbar ist, vor allem bei Originallenkern. Bei Zuberlenkern ist es fast immer möglich. Und wenn es so wäre, dass ein Zuberlenker benötigt würde oder ihr ihn schon drauf habt, ist es natürlich dann ganz angenehm, wenn ihr auch schon eine Bohrung habt. Denn das Kabel muss ja irgendwann doch wieder ans Tageslicht treten, um entsprechend die Stromversorgung durchzuführen. Also von daher, das müsst ihr immer im Hinterkopf haben, wenn ihr eine Heizung, eine Griffheizung einbaut. Kleiner Nachteil bei der Griffheizung ist, dass diese Heizpatrone, die eingeschoben wird, natürlich erstmal den Lenker erhitzt. Das heißt, da geht relativ viel Energie flöten, dadurch, dass Metall natürlich ein sehr, sehr guter Warmeleiter ist. Da drüber käme halt dann der Originalgriff des Herstellers oder was da nach eurem Gusto montiert ist. Und dann kommt erst die Hand des Fahrers. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt auf jeden Fall auf der Gasseite. Das heißt, das geheizte Lenkerende wird ja dann auch noch von der Wärme durch den Gasdrehgriff durchwandern müssen, um dann erst an den Handschuh respektive die Hand zu kommen. Das heißt, da geht sehr, sehr viel Energie flöten. Von daher ist das eigentlich meiner Meinung nach, ich habe das schon öfters benutzt, semioptimal. Also wenn man vom Sprachgebrauch heute von einer Griffheizung sprechen, dann ist das meiner Meinung nach das nicht so sinnvolle Teil. Wichtig sind die Griffe, die man dann auch wirklich Heizgriffe nennt. Da ist also die Wärmequelle im Griff untergebracht. Ob das Heizträte sind oder flächigere Einlagen, das ist eigentlich egal. Aber dann ist der Weg der Wärme direkt zum Handschuh deutlich kürzer. Und ihr habt nicht das Problem, dass da ein zusätzlicher Isolator eingebaut ist, wie es halt bei der Griffheizung der Fall ist. Ihr kennt das schon, ihr bekommt von mir immer den einen oder anderen Tipp, der mir halt in der Vergangenheit aufgefallen ist, wenn ich so ein Ding verkauft habe oder ein Motorrad verkauft habe, wo sowas montiert werden sollte. Die Problematik ist natürlich, dass wenn ihr es selber anschließt, immer sich unterhalten wird, wo soll ich es anschließen? Nach Zündung oder direkt an die Batterie, also vor der Zündung. Normalerweise sagt man, dass eigentlich die Heizgriffe immer nach der Zündung angeschlossen werden sollten. Also erst, wenn ein Zündschlüssel drin steht, ihr dreht auf ON, dass dann Strom auf dem Heizgriff ist. Denn wenn ihr mal das Fahrzeug abstellt und vergesst, die Heizung abzudrehen oder auszumachen, Zündung, Zündschlüssel abgezogen und sie wäre direkt an die Batterie angeschlossen, heizt das natürlich weiter und irgendwann ist die Batterie leer. Es gibt allerdings auch Anbieter, die mittlerweile smarte Heizgriffe anbieten, auch unter anderem halt von Oxford, wo dann ein vermeintlich intelligentes Bauteil spürt, ob der Motor noch läuft. Also wenn das Motorrad ausgemacht wird, wird auch der Heizgriff automatisch abgestellt. Denn die Montage an der Batterie ist auf jeden Fall eine etwas einfachere Montage und das lässt sich dann einfach theoretisch auch für den montieren, der nicht ganz so schraubsicher ist. Denn dann wäre das einfach nur eine Fleißarbeit, um sowas anzubringen oder zu montieren. Also von daher, je nachdem wie viel Aufwand ihr treibt, dann wird allerdings so eine smarte Geschichte schon Richtung 100 Euro gehen. Das ist machbar. Und auch noch eine Information, einige Heizgriffe, da laufen die Heizdrähte oder Heizflächen komplett über den ganzen Griff durch, bis zum Rand. Würdet ihr also einen Griff anpassen müssen, ob es der Vibrationsdämpfer am Ende des Lenkers ist oder ob es andere Bauteile sind, weil vielleicht das Lenkerstück an dieser Stelle nicht lang genug ist, dann lassen sich auch Heizgriffe teilweise kürzen, dass also dann die Heizdrähte auf den letzten zwei, drei Zentimetern nicht weitergewickelt sind. Und das würde euch natürlich die Montierbarkeit hier, nachdem was ihr für ein Fahrzeug habt, etwas erleichtern. Also fragt euren Verkäufer oder die Informationsquelle, die ihr da hättet, wie genau dieser Heizgriff konstruiert worden ist. Denn dann lässt sich individuell fast auf jedes Motorrad doch so ein Heizgriff montieren. Worauf sollt ihr noch achten? Nicht uninteressant. Jetzt müssen wir natürlich mal ein kleines bisschen Geschlechterunterschied machen. Mit so einer Prank habe ich natürlich nie Probleme, auch mal Kupplungshebel und Bremshebel zu erreichen. Bei einem Mädel kann es durchaus schon mal sein, dass dann bei einem ohnehin schon relativ knappen Platzangebot, also wenn ich jetzt den Kupplungshebel und den Bremshebel erreichen möchte und kriege ich den gerade noch so gegriffen, dann kann es durch einen montierten Heizgriff so sein, dass das nicht mehr funktioniert. Das müsst ihr natürlich vorher ausprobieren. Unabhängig davon, dass es bei den Shoppern oftmals ein zölliger Lenker ist, dann wird also in Relation der Heizgriff noch ein Ticken dicker. Dann muss es schon so sein, dass ihr zuverlässig entsprechend die Armaturen bedienen könnt. Und wenn es so ist, dass der Heizgriff dann bedeutet, ihr kommt nicht mehr richtig dran, dann ist das ein No-Go. Dann dürft ihr auf keinen Fall so ein Teil montieren. So Leute, dann lege ich den Heizgriff mal aus der Hand, denn auch da habe ich mir selber wieder was zugeworfen. Das heißt, hätten wir jetzt ein Mädel, die wirklich ohnehin schon Probleme hat, die Armatur mit Bremshebel oder Kupplungshebel zu erreichen, dann ist es natürlich so, dass mit einem heizbaren Handschuh dieses Problem nicht ganz so ausgeprägt ist. Dass natürlich ein Winterhandschuh immer eine etwas größere Reichweite beinhaltet, als denn ein reiner, flexibler, dünner Sommerhandschuh, ist klar. Aber was die Griffweite insgesamt angeht, liegt der Handschuh weit, weit vor den Heizgriffen. Das wäre also auf jeden Fall ein Vorteil für den Handschuh. Über die Kostensituation habe ich ja eben was gesagt, was die Erstinvestitionen angeht. Beim Handschuh ist es natürlich so, und jetzt kommen wir eigentlich zur Kernfrage unserer heutigen Sendung, dass die Heizleistung natürlich das wichtigste Thema ist, beim Heizhandschuh oder auch beim Heizgriff. Und ich denke mal, das lässt sich konstruktiv eigentlich gar nicht umgehen. Der Heizgriff wärmt natürlich die Innenhand auf, während eine Auskühlung in der Regel über die Außenhand stattfindet. Außenhand, Fingerkuppen, das heißt, da ist nicht sofort und direkt Kontakt über die Heizgriffe zu kriegen. Das wäre natürlich ein Riesenvorteil für die heizbaren Handschuhe, denn da laufen die Heizdrähte vor allen Dingen über die Außenhand, wo es auch als erstes zu einer Auskühlung käme. Also von daher glaube ich oder behaupte einfach mal felsenfest, dass die letztendliche Wärmeleistung von einem Handschuh auf jeden Fall besser ist als bei einem Heizgriff. Der Heizgriff als Vorteil ist einfach, er ist fix montiert. Ihr habt nichts zu tun mit einer Akkulaufzeit. Das heißt, wenn ihr lange fahrt und vergesst mal, den Akku zu laden, dann kann es natürlich sein, dass mitten während einer kalten Fahrt die Akkuleistung zusammenbricht und dann habt ihr keine Heizleistung mehr. Dann habt ihr zwar die normale Funktion des Handschuhs, der in der Regel auch immer wasserlich ist, aber wenn ihr bei 0 Grad oder unter 5 Grad fahrt, dann ist die Hand ruckzuck kalt. Und da wäre ein Heizgriff natürlich unabhängig, weil er vom Bordnetz abhängig ist. Ist ein Vorteil, aber wie gesagt, einer der dann, ich sagte das in der letzten Sendung schon, schon Richtung Nordkap sich orientiert, der wird in der Regel wahrscheinlich beide Lösungen haben, aber die Leute kommen um die heizbare Bekleidung nicht drum herum. So Leute, wir kommen wie immer zum Fazit, das ich immer gerne ziehe. Das Fazit für mich fällt hier relativ wankelmütig aus, denn es gibt für alle Artikel einen Vor- und einen Nachteil. Wer auf maximale Wärmeleistung aus ist, der wird mit einem Handschuh besser bedient sein. Mittlerweile ist auch die Solidität beim heizbaren Handschuh auf so einem hochwertigen Niveau, dass das keine Rolle mehr spielen sollte, sich keinen Handschuh zu kaufen. Also die Dinger halten hervorragend. Und es ist ja auch so, dass es durchaus Situationen gibt, wo man diese Heizleistung nicht abrufen möchte, weil wir einfach normale Temperaturbereiche haben. Nur wenn es ganz extrem wird, dann wird die Heizleistung abgerufen. Kleiner, das ist jetzt so eine Sache, wo ich so ein bisschen mankelmütig bin. Wenn wir Temperaturbereiche haben, so um die 10 Grad oder 12 Grad, wäre es mit einem reinen Sommerhandschuh so oder vielleicht auch mit einem ganz leicht gefütterten Handschuh so, dass das irgendwann natürlich nach einer halben Stunde, 40 Minuten zu kalt wäre. Wenn dann ein Heizgriff montiert ist, ist das genau die Temperaturmenge, die investiert wird, damit man auch mit einem dünneren Handschuh bei diesen sehr moderaten Temperaturen prima fahren kann. Ihr merkt, ich laviere mich da so ein bisschen durch, denn es gibt dann einfach Situationen, die wirklich pro Handschuh oder vielleicht auch pro Heizgriff sprechen. Das ist immer so eine Zusammenfassung, die sage ich eigentlich jedes Mal, in letzter Konsequenz müsst ihr das entscheiden. Aber diesen Nachteil, den die Handschuhe noch vor 10 Jahren hatten, den gibt es nicht mehr. Und ich prognostiziere einfach mal, wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen, ich hoffe natürlich, dass ich euch vorher wieder sehe, ist klar. Nein, aber wenn wir zwei Jahre weiter sind, dass dann diese prozentuale Verteilung der Verkäufe von heute vielleicht 20 zu 1 sich vielleicht verteilen auf 12 zu 8 oder 13 zu 7, das habe ich jetzt im Kopf gerechnet. Also das wird sich ein bisschen angleichen, einfach deshalb, weil dann viel, viel mehr Kunden die Entscheidung treffen, ach, lass mich mal mit einem Handschuh die Sache im Winter versuchen oder ausprobieren. Es muss jetzt nicht der fix montierte Heizgriff sein, wo ja auch ohnehin die Montage mit dazu käme. Für denjenigen, der sich das nicht zutraut, ist natürlich auf Anhieb der Handschuh auch etwas sympathischer. Ihr merkt, es gibt nicht so eine einwandfreie und klare Entscheidung. Das, wie immer, wird von euch entschieden. Von daher bin ich mal gespannt, wie die Kommentare aussehen. Es könnte ja auch sein, dass ich den ein oder anderen Punkt vielleicht vergessen habe in der Masse. Da werdet ihr mich korrigieren. Ich freue mich schon drauf. Und ihr wisst Bescheid, sie werden ja auch von mir beantwortet. Leute, wie immer, wir kommen zum Ende. Wie immer auch die Aufforderung, abonniert uns fleißig, dann bleibt da immer informiert. Ihr bleibt also am Ball, was Neues auf FC Motor TV kommt. Wir freuen uns, wenn es den Gefallen hat, über Likes. Und nochmal der Hinweis, wichtige Infos und Links in der Beschreibung unter unserem Video. Und mich persönlich, ich habe es eben schon mal angesprochen, würde natürlich interessieren, schreibt ruhig mal in die Kommentarspalte rein, wie ihr selber verfahrt. Benutzt überhaupt heizbare Artikel, ob jetzt Grips oder Handschuhe, egal. Welche benutzt ihr? Und und und. Also von daher, ballert mich zu. Ich freue mich. Tschüss und adios. Tschüss und adios. Ich freue mich. аюсь. Tschüss. end